Der wohl berühmteste Lehrsatz der Mathematik ist der Satz des Pythagoras. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt, das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich zur Summe der Quadrate über den beiden Katheten. Geometrisch bedeutet das, dass der Flächeninhalt von diesem Quadrat, also a hoch 2, genau dasselbe ist wie der Flächeninhalt von diesem Quadrat, b hoch 2, plus der Flächeninhalt von diesem Quadrat, c hoch 2. Es folgen zwei schöne Beweise zu diesem Lehrsatz des Pythagoras. Wir haben hier das rechtwinklige Dreieck, machen davon eine Kopie und setzen es so hin. Jetzt machen wir noch eine Kopie und setzen diese so hin. Es folgt eine weitere Kopie, die setzen wir so hin. Im Innern haben wir dann dieses weiße Quadrat. Wenn man den Flächeninhalt von dem großen Quadrat auf zwei Arten berechnet, so erhält man diese Gleichheit. Zuerst der Flächeninhalt von dem großen Quadrat, das ist einfach Seite mal Seite, also b plus c im Quadrat. Der Flächeninhalt von dem großen Quadrat, das ist aber auch viermal der Flächeninhalt von diesem Dreieck, einmal zweimal, dreimal, viermal, plus der Flächeninhalt von diesem weißen Quadrat. Also ist das viermal Flächeninhalt vom Dreieck, das ist b mal c geteilt durch zwei, weil das Dreieck ja rechtwinklig ist, und dann noch plus Flächeninhalt von dem Quadrat. Daraus ergibt sich also b Quadrat plus 2bc plus c Quadrat gleich 2bc plus a Quadrat. Da dieselbe Zahl 2bc an beiden Seiten vom Gleichheitszeichen vorkommt, streichen beide sich weg, und so bleibt unsere These, dass b Quadrat plus c Quadrat dasselbe ist wie a Quadrat. Hier haben wir nochmal die Pythagoras Situation, und wir werden jetzt geometrisch zeigen können, dass die Summe dieser zwei Flächeninhalte genau diesem da entspricht. Wir gehen wie folgt vor. Von diesem Punkt aus ziehen wir eine senkrechte zur Hypotenuse des Dreiecks. Und wir verlängern diese senkrechte, damit diese Strecke hier entsteht. Jetzt machen wir folgendes. Den Flächeninhalt von diesem Quadrat stellen wir hier schraffiert dar. Wir werden dieses Quadrat jetzt verwandeln in ein Parallelogramm, das aber genau denselben Flächeninhalt hat wie dieses Quadrat. Nehmen wir diese Seite als Basis und diese Seite als Höhe. Der Flächeninhalt von dem Quadrat, das ist diese Basis mal diese Höhe, und der Flächeninhalt von dem Parallelogramm ebenfalls. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm auch und von diesem auch. Bis zu diesem. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm, das ist diese Basis mal diese Höhe, also ist dieser Flächeninhalt gleich zum Quadratflächeninhalt. Jetzt nehmen wir dieses Parallelogramm und drehen es um 90 Grad um diesen Punkt. Machen wir das, wir drehen dieses Parallelogramm um 90 Grad um diesen Punkt. Ist gemacht. Jetzt nehmen wir dieses Parallelogramm, dessen Flächeninhalt immer noch gleich ist mit dem Flächeninhalt von dem Quadrat. Verwandeln wir dieses Parallelogramm aber so, dass der Flächeninhalt gewahrt bleibt. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm, das ist diese Basis mal diese Höhe. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm aber auch. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm auch. Und der Flächeninhalt von diesem Rechteck auch. Insgesamt haben wir also dieses Rechteck konstruiert, dessen Flächeninhalt genau derselbe ist wie der Flächeninhalt von diesem Quadrat. Jetzt machen wir genau dasselbe mit diesem Quadrat. Wir werden es verwandeln insgesamt in dieses Rechteck und wir werden zeigen, dass die Flächeninhalte gleich sind. Legen wir los. Wir haben hier dieses Quadrat und verwandeln das Quadrat in dieses Parallelogramm. Das Quadrat und dieses Parallelogramm haben denselben Flächeninhalt. Jetzt drehen wir dieses Parallelogramm um minus 90 Grad um diesen Punkt. Machen wir das. Wir beobachten, der Flächeninhalt bleibt selbstverständlich bei dieser Rotation gewahrt. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm ist derselbe wie der Flächeninhalt von diesem Quadrat. Jetzt verwandeln wir dieses Parallelogramm so, dass der Flächeninhalt derselbe bleibt. Denn der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm, das ist diese Basis mal diese Höhe. Der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm aber auch. Und der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm auch. Der Flächeninhalt von diesem Rechteck aber auch. Insgesamt haben wir also gezeigt, dass die Summe der Flächeninhalte dieser beiden Quadrate gleich ist zur Summe der Flächeninhalte von diesen beiden Rechtecken. Und das ist der Flächeninhalt von diesem Quadrat, was zu beweisen war.